Musik Beim Schnupfen bloß nicht die Nase hochziehen. Kinder machen das richtig. Die ziehen beim Schnupfen die Nase hoch und versuchen das so zu lösen, weil eigentlich die Richtung des Schleims nach oben und nach hinten wieder runter ist in die Verdauung. Und die ganzen Flimmerhärchen da drin, das sind so kleine Härchen der Nase, manchmal sieht man sie, manchmal nicht so, die haben alle die Richtung nach oben und nach hinten. Also das Hochziehen entspricht dem physiologischen Vorgang, alles hochzuziehen, in sich hineinzuziehen und dann zu verdauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017